Das Food-Highlight auf jedem Kindergeburtstag sind diese süßen Obst-Mini-Pancakes mit Schokocreme. Ich habe mir alles, was ich brauche bei uns im Shop, in der Bringmeister-App bestellt und mir durch die flexiblen Lieferzeiten meine Wunschzeit heute Mittag gesichert, damit ich alles rechtzeitig zum Kindergeburtstag fertig bekomme. Zunächst kommen drei Eier in eine Schüssel. Nun kommt 30 Gramm Zucker hinzu und alles wird schaumig gerührt. Gebe eine Prise Salz, zwei Teelöffel Backpulver, 250 Milliliter Milch und nach und nach 200 Gramm Mehl dazu und verrühre alles zu einem glatten Teig. Jetzt wird das Kokosöl in der Pfanne erhitzt und du kannst den Teig mit einem Essdöffel in die Pfanne geben. Nach circa zwei Minuten kannst du die Mini-Pancakes wenden. Wenn die Pancakes etwas abgekühlt sind, kannst du sie mit Nussmus, Marmelade oder wie in unserem Fall mit Nutella bestreichen. Jetzt spielst du nach und nach die Pancakes aufeinander und oben kommt ein Stückchen Obst deiner Wahl, wie zum Beispiel eine Erdbeere drauf. Fertig sind die süßen Geburtstags-Party-Häppchen für die Kids. Gefällt dir die Idee? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Bringmeister, lass dir deinen Einkauf per Same-Day-Delivery noch heute liefern. Abonniere unseren Bringmeister-Kanal für weitere tolle Rezeptideen oder kreative DIYs.